Warte mal, kann ich die Sachen fotografieren? Makumazan, Curse of the World, Jaguar. Alan Bowdy, The Modern Samson. Grom. So, Gedankenspiele. Jetzt muss ich mir den... Es wird einem aber auch nichts erklären, ne? Teilweise. Äh, Konfliktdruck. Äh, Albert griff die Fische an. Albert kehrt die von Sinnen zurück. Albert griff die Fische an. Ahja, Albert Sonnen stellt für Lewis Flynn und die anderen Fische an die Gefahr da. Hä? Warum gehst du raus? Wunder die Flucht. Hä? Lewis schoss ohne Vorwarnung. Lewis und die anderen Innsmauser in Oakmont leiden unter den Sork Mountains, weswegen Lewis die Familie womöglich hasst. Ich kann Albert aufspüren. Nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischer lief Albert Thornton davor und wurde von Lewis einem der Fischer verfolgt. Mit meinen übersinnlichen Kräften sollte ich sie aufspüren können. Zeichen folgen. Hä? Mit Hilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die dir den Weg weist. Folgende Zeichen um neue Hinweise zu entdecken. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Kann ich hier raus? Da ist der Typ. Warte nochmal. Zeichen folgen. Inneren Auge. Was? Warte, warte, warte. Inneres Auge. Da, 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 da. Okay. Hä? Ja, das hab ich doch schon. Gehen wir nochmal rein? Warte mal, was ist das hier? Okay, gehen wir nochmal hoch. Ich bin gespannt, was sie finden werden, Neuankömmling. Was ist hier eigentlich? Abkürzung oder was? Okay. Ja, aber ich hab das doch schon gesehen. Ja gut, aber der hat ja gemeint, ich könnte sie verfolgen. Da müsste er jetzt Blutspuren irgendwo... Alter, ich weiß nicht, ich hab Energie verloren. Oh, warte, hier. Patron. Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. Hä? Ah, da, warte mal. Oh, ne, da könnte ich bloß was mitnehmen. Hä? Ja, das ist jetzt wieder so ein komisches Zeichen um mich herum. was soll ich denn machen? Irgendwas, irgendwas verpeile ich gerade. Meiner schafft es irgendwie auch nicht zu retten. Oder ist das, oder ist das, wer hat das bloß sowieso angezeigt, weil ich die Kugeln hier gefunden habe? Das ist die Polizei, die Welles abgesperrt hat. Was bist du für eine Bar underneath? Sie kommen mir bekannt vor. Aber der gute Billy hat sie noch nie gesehen. Irgendwas? Hm. Aber wir müssen mal schauen. Karte, inneres Auge. Okay. Manche in den Augen genutzt nur einen engen Bildschirm verzerrt darstellt, wenn ein kleines Graschen ist. Die offenbart sich dann Bilder aus der Vergangenheit, Druckbilder, Zeichen oder Spuren, die da ansonsten verborgen bleiben. Der Fischer hat älter. Der Fischer hat älter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Der Fischer. Nirgendwas aus. Ja. Soll es mir jetzt irgendwas zeigen oder nicht, Alter? Ich stehe jetzt gerade total auf dem Schlauch oder das ist doch Scheiße. Geh jetzt einfach mal da weiter Da hinten ist irgendein Typ Hä? Ist es eine Frau? Kommen Sie nur neu an Kömmling Lob preisen Sie mit uns die See Alles klar Ich gehe mal weiter Was läuft jetzt da gerade falsch? Das ist doch scheiße Ich meine ich habe ja kein Problem damit Wenn alles nicht vorgegeben wird Oder sonst irgendwas Aber Da! Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben Als er gesagt hat Albert sei der beste seiner Art Lager Nachricht mit Bluflecken Lewis, gib mir noch eine Woche Ich habe meine Schulden nicht vergessen Aber so wie bei allen anderen Auch läuft das im Moment einfach nicht gut Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum Wie soll ich da meine Vorräte für die Bau aufstocken? Aber keine Sorge Ich habe gute Leute an der Hand Die mich wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können Nur noch eine Woche Dann kann ich dir das Geld mit der Zinsen zurückzahlen Peter Das Blut ist frisch Wer auch immer hier geblutet hat Kann nicht weit gekommen sein Schlösser Oder zu schlagen werden Die Tür gibt nicht nach Äh Was zur Hölle? Ja erstmal nachladen Kleiner Wichser ey Oh was? Gleich getroffen? Was zur Hölle bist denn du? Ein Einschussloch in der Stirn Der Schuss war tödlich Und wurde gezielt abgegeben Oh das ist doch der Rockmorton Das ist Rockmorton Das ist Rockmorton Äh Warum liegt hier eine Leiche Vor so einem Vieh? Ein Einschussloch in der Stirn Der Schuss war tödlich Und wurde gezielt abgegeben Okay Das heißt Gedankenspiel Der Barbesitzer hat bei Louis Schulden Aber der Griff verwundert die Flucht Louis verfolgte Albert Ja Okay Äh Hinweise Der Barbesitzer hat bei Louis Schulden Louis der Innsmesser Innsmesser der Albert Der Albert Strockmorton auf dem Gewissen hat Versteckt sich womöglich In der Bar am Hafen von Oakmont Albert wurde ermordet 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 Die Bar haben wir ja vorhin schon gefunden und ja ich gebe es zu ich war einfach blind Ich kann die Taschenlampe ausmachen, so ein paar andere Knie, aber was bist du für eine? Haben sie eine Patrone übrig? Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Tja, läuft gut bei dir. Aha, aha, aha. Jetzt wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Karpeln das bestimmt kein Essen mehr. Seien sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Okay, hallo Black Lady. Kommen sie, kommen sie näher, sie geplagte Seele. Ich kann ihnen sagen, was die Zukunft für sie bereithält. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter Ja. Oh, ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Klingt ein bisschen allgemein, finden sie nicht? Hm, ich sehe viele Dinge, guter Mann. Und ich werde ihnen alles bis ins kleinste Detail beschreiben, wenn sie einen geringen Obolus entrichten. Gut, wie viel wollen sie? Einen Dollar? Ha, ihr Geld ist dir nichts wert, Neuankömmling. Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Na gut, eine Patronen. Ich bin gespannt, was meine Zukunft für mich bereithält. Gut, gut. Ich muss mich konzentrieren. Die See wird in den kommenden Tagen großzügig sein. Sie wird viele Geschenke überbringen. Und viele werden es bereuen, sie angenommen zu haben. Ich kann ihnen nicht ganz folgen. Das Neue wird gegen das Alte aufbegehren. Ein eiserner Wille gegen ein kaltes Herz. Ganz gleich, wer gewinnt, auch sie werden gewinnen. In einem Käfig aus Eisen und, und große Säulen, umgeben von den Toten. Ein Rennen, das endet und von vorn beginnt. Und die Zeit selbst lacht nur. Danke. Ich werde ihre Worte beherzigen. Gern geschehen. Ich kann es gar nicht erwarten, zu sehen, was sie alles tun werden. Okay, ich gehe mal weiter. Äh, was haben wir noch? Hey, Alter. Willkommen im Under the Keel. Was darf sein? Ich habe beängstigende Kreaturen gesehen. Ich habe hier in der Nähe beängstigende Kreaturen gesehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen. Was zum Teufel sind das für Dinger? Ach, sie sind wohl auf Wildbeaster gestoßen, Neuankömmling. Niemand weiß etwas über sie. Und sie können froh sein, dass sie noch leben. Die haben wir hier seit der Flut. Einige sagen, sie kommen einfach aus dem Meer. Andere glauben, dass Cowiel uns mit ihnen bestraft. Und was meinen Sie? Was blutet, kann man auch töten. Halten Sie hier immer Ihre Waffe bereit. Und falls Sie mal schreckliche Erinnerungen auslöschen wollen, verkaufe ich dafür hier genau das Richtige. Und noch ein Ratschlag. Lieber feige sein und leben, als tapfer sein und sterben. Aber eigentlich sollte ich das einem Neuankömmling gar nicht sagen. Ich suche jemanden namens Louis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Sie gewähren einen Verbrecherunterschlupf. Zufällig weiß ich, dass Sie bei Mr. Flynn Schulden haben. Ich habe Ihre Nachricht an ihn unweit von Albert Throckmortons Leiche gefunden. Dem Sohn von Robert Throckmorton. Louis steckt also offensichtlich in Schwierigkeiten und es ist gut möglich, dass er sich hier versteckt. Wenn Sie ihn verpfeifen, kann er nicht mehr seine Schulden eintreiben. Verstehen Sie? Throck. Das erklärt das ganze Blut. Also gut. Wenn ich damit mein Problem loswerde, rede ich. Und? Er ist oben. Hier haben Sie den Schlüssel. Sie müssen mir versprechen, dass ich ihn ein für alle Mal los bin. Aber hier drin wird nicht geschossen, ja? Eine kluge Entscheidung. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben Sie Ihr Soll erfüllt. Wiedersehen. Okay. Jetzt ist die Frage... Äh... Wann mal da. Auseinandersetzung im Haus der Fischer. Stoffwärts in einer Jacke. Nach den Blutflecken. Louis könnte sich in der Bar verstecken. Wo sich Louis Flynn versteckt hält. Kann ich speichern eigentlich? Speichern. Sehr gut. Wäre mal sinnvoll, ne? Dann gehen wir doch mal in den Auf und schauen nochmal, was er vorhat. Oder was abgeht. Ist das für ein Bild? Okay. Sehr hoch auflösen. Hallo, mein Freund. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Throck, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Hafen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir... wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut. Also Barry hat dann diesen verfluchten Hafen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe, er war bewusstlos. Und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben Sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich... ich erinnere mich nicht. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere, ist dieses verdammte Lager. Und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war. Aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja, und ich hatte Recht. Sie scheinen wohl überlegt gehandelt zu haben. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Inns-Mauther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen. Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt. Und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Was genau meinen Sie mit große Familien? Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Das scheint wohl übergelegt gehandelt zu sein. Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht... Ich selbst! Äh, was? Warum sehen Sie... Ihr Gesicht? Es ist, ähm... Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen, weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Äh, tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed. Sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird Sie verhungern. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Denken Sie etwa, Sie sind der Erste, der versucht, mich zu bestechen? Bitte, Mr. Reed. Strapazieren Sie nicht länger, meine Geduld, Mr. Flynn. So, jetzt ist die Frage, alle Hinweise gefunden. Jetzt ist halt die Frage, echt, war er es? Aber eigentlich, also vom Ding her wirkt es halt schon so, ne? Gedankenspiele. Luis wusste, was er tat, als er mit Albert's Throckmorton aneinandergeriet. Luis stand an den Einfluss des Wahnsinns, hat er nicht die volle Kontrolle über sein Handeln. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt genauso aufgebaut, wie das Sherlock Holmes Zeug. Aber ich meine, einerseits, ne? Der Typ wurde an... an Fleischerhaken aufgespießt und dann abgeknallt. Man hat ja gehört, was er gesagt hat, er in den Ding. Ne, er war es. Er war es. Und trotzdem spreche ich. So, Gedankenspiele. Äh, Hinweise. Achso. Hä? Ich hoffe, ich darf es nicht so sagen, wenn die Sogmann sich aufstehen. Ich muss so, was Sogmann die Wahrheit sagen, damit der Mörder bestraft wird. Von Albert ging eine Gefahr aus. Achso, das wurde jetzt dann automatisch. Ja, es ist schon so, also sorry. Niemand hängt dem... Ah. Niemand hängt dem Wahn, den Typen an zwei Fleischerhaken, alter. Und gibt dann einen gezielten Kopfschuss. Mr. Throckmorton. Leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh, nein. Ich habe ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich... Ich... Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich habe den Mörder Ihres Sohnes aufgespürt. Wo? Wer war es? Wie ich vermutet hatte, ist der Innsmauther Louis für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich. Er versteckt sich in der hiesigen Bar. Fragen Sie einfach den Barkeeper. Er hatte wohl eine Rechnung mit Ihrer Familie offen und Ihr Sohn Albert musste sie begleichen. Oh, dieser Mistkerl wird nicht ungeschoren davon kommen. Die ganze Stadt soll Zeuge davon werden, was geschieht, wenn man sich mit den Throckmortons anlegt. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Es kommt selten vor, dass sich ein Neuankömmling nützlich macht. Danke. Mr. Throckmorton. Ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Cowell, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Ich... Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt werde, Mr. Throckmorton. Ich sehe sonderbare Dinge. Visionen. Und ich will, dass es aufhört. Mich zog es hierher. Oder ich wurde geführt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die Ursache für diesen Wahnsinn hier in Oakmont zu finden ist. Sie täuschen sich nicht, Mr. Reed. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Das waren zwischen der Hysterie und der Hustrie. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagte über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Visionen finden wollte. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert ist. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen. Je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Oldgrove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Ähm, Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen darauf. Viermal Munition erhalten. Wow, super, ey. Richtig geil bezahlt, Mann. Jetzt kaufe ich mir ein Haus am Strand mal. Äh, okay. Aber an der Stelle bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Okay, das war jetzt eine längere Aufnahmesession als ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich immer so 20 Minuten aufnehmen und jetzt ist es eine Stunde geworden. Ich werde es dann halt in zwei teilen müssen. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von... The Sinking City. Und ja, ich habe kurz überlegen müssen, wie es heißt. Macht's gut und servus.